Ja hallo, hier ist LC Frey und wir sind immer noch im Schreibtagebuch zum neuen Oliver-Moros-Thriller aus der Edel-und-Stein-Krimi-Thriller-Reihe live und direkt aus Berlin. Die Reihe, nicht ich, ich sende live und direkt aus Leipzig. Ist ja auch wurscht, wir haben heute Tag 15 und das heißt, ich möchte euch ein bisschen Bericht erstatten, was so ein Tag 14 und heute ein Tag 15 passiert ist, also es ist jetzt ungefähr Mittagszeit nach meiner Schreibzeit, also auch schon, sodass ich jetzt das Video wie üblich im Anschluss an den heutigen Schreibtag mache. Ich nehme euch direkt mit ins Dokument, denn ich habe da was vorbereitet, wie es auch immer an den Kochschoss so schön heißt. Wo sind wir denn hier? Okay, das müsstet ihr jetzt sehen. Was haben wir heute? Ich habe das mal zusammengefasst, hier auch nochmal in der Übersicht der Verlauf, beziehungsweise hier das Ziel, also heute 3.900 Wörter. Insgesamt sind wir jetzt da mit Antrag 15 auf 61.851 Wörtern. Das entspricht ungefähr 250, naja genau genommen 247 Seiten, nach meiner 250 Wörter pro Seiten Milchmädchenrechnung. Aber ist ja auch wurscht, damit haben wir an den Tagen 14 und 15 7.500 neue Wörter, das jetzt wirklich gerundet geschafft, kommen wir ungefähr auf 30 neue Seiten an zwei Tagen. Nicht spektakulär, nicht katastrophal, halt ein normaler Schreibtag, zumindest für mich zwei normale Schreibtage selbstverständlich. Ihr seht, die Geschichte entwickelt sich weiter. Wir sind in Tag 4. Ich habe jetzt keinen Überblick, ob wir beim letzten Video auch schon in Tag 4 waren. Das, der Handlung meine ich, das spielt jetzt auch nicht so die Rolle. Eine Menge Sachen sind passiert, sollten auch immer handelt sich um einen spannenden Thriller. Dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Was haben wir hier? Genau, hier gibt es wieder eine Interviewsituation mit der Familie eines Opfers. Aber Hinweis, es ist nicht die Person, um die sie sich seit dem Prolog dreht und auch in dem Video, was die Polizei am Anfang begutachtet hat, falls sich noch jemand an diese ersten paar Schreibtage erinnert. Nein, das ist wieder eine andere Person, ein bisschen aus der Vergangenheit gerufen. Ich habe das in irgendeinem Analyse, also Film und Drama-Analyse, ich glaube von John Truby stammt das, gelesen als Ghost, also so der Geist der Vergangenheit. Das könnte hier die Funktion sein, ich will natürlich nicht so viel verraten, aber so ein Geist der Vergangenheit können zum Beispiel Dämonen sein, die einen, also im obertragenden Sinne, außer man schreibt jetzt Fantasy, Dämonen, die einen Protagonisten heimsuchen aus der Vergangenheit oder auch ein ungeklärter Mordfall in so einem Thrillerfall oder halt auch Sachen, die vielleicht geklärt sind, aber tatsächlich noch Auswirkungen auf die Jetztzeit haben. Ja, aus irgendeinem Grund ist das auch sowohl bei mir als auch bei den Lesern, glaube ich, recht beliebt. So ein bisschen das Liebäugeln mit begrabenen Leichen, im übertragenen Sinne wohlgemerkt, also mit Fällen oder auch Personen in der Vergangenheit, die jetzt plötzlich wieder aufbegehren und sagen, lieber Ermittler, beschäftige dich auch mal damit, vergiss mich nicht ganz, denn ich spiele hier eine Schlüsselrolle in der gesamten Ermittlung. Das ist in dem Fall auch so, ich will wie immer nicht so viel spoilern. Hier haben wir eine lustige Maschine, hier haben wir jemand anderen, also das ist natürlich ein sehr, sehr grober Überblick hier. Ihr seht aber hier zum Beispiel auch an der sprechenden Überschrift, die ich ja gern verwende, es geht dennoch immer wieder um dieses Thema Video und dazu habe ich auch gleich noch ein paar Worte zu sagen, aber das müssen wir nicht im Dokument machen. Zu dem Videothema, das ist eine recht interessante Sache, die hier passiert ist, weil wir, wenn ihr euch erinnert, die Reihe spielt ja in Berlin, hatte ich jetzt auch jetzt, just eben gesagt, eingangs zu diesem Video und ich hatte im ersten oder zweiten Video, also an Tag eins, als ich so ein bisschen die grobe Idee vorgestellt habe, die mein Schreibpartner und ich da hatten, da ging es darum, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, hey, sollte auch eine ländliche Gegend mal eine Rolle spielen, einfach aus atmosphärischen Gründen. Wir haben damals noch keine Ahnung gehabt, warum uns das geritten hat und irgendwie kam dann Potsdam halt ins Spiel. Potsdam ist, muss ich kurz überlegen, südwestlich von Berlin gelegen, auch da recht gut zu erreichen, ich glaube, in einer knappen Stunde ist man da. Bitte, liebe Berliner und Potsdamer, steinigt mich jetzt nicht falsch, falls das komplett falsch ist, ich bin geografisch eine absolute Null, aber ich glaube, so ungefähr müsste das hinhauen. Ja, und dann hatten wir halt irgendwie so Potsdam im Gefühl. Es gab auch schon einen anderen Fall, wo ein, zwei Szenen in Potsdam gespielt haben und irgendwie fanden wir das gut, dass das wieder auftaucht, haben aber nicht weiter über das Warum dieser Idee nachgedacht, sondern einfach gedacht, ja, wenn sich das ergibt, eine Handlung, halt Potsdam. So, jetzt habe ich den Thriller halt weitergeschrieben und festgestellt außerdem ein literarisches Thema, was ich auch in einem anderen Video schon erwähnt hatte, nämlich Suizid, was sich auch von Anfang an durchzieht, zieht sich noch ein anderes Thema durch das gesamte Buch und das ist eben dieses Thema Film, Video, Unterhaltungsmedien, so einen großen. Und das ist auch etwas, das sich wie so ein roter Faden durch die Erzählung zieht, weil die Ermittler werden gleich zu Anfang mit einem Video konfrontiert, auf dem sie halt nicht so richtig erkennen können. Sehen wir hier einem Suizid zu? Ist das alles nur Fake? Sehen wir vielleicht sogar einem Mord zu? Hat jemand die Person vor laufender Kamera zum Suizid motiviert? Was auch immer, sie wissen es halt nicht. Und das zeigt ja auch so ein bisschen die Begrenzung dieses ganzen Themas auf, also Film und Video. Heutzutage sind wir in einer Zeit, wo man das alles problemlos faken kann. Also man kann Politikern Worte in den Mund legen, die die nie gesagt haben, mit einer entsprechenden Deepfake-KI, also einem Algorithmus, der dann versucht, die Gesichtsmuskeln der Person so anzupassen, dass es zu dem gesprochenen Wort passt und auch die Stimme ganz gut nachahmen kann. Das heißt, wir haben so ein bisschen Zeitalter, ich nenne es so gern das Post-Informationszeitalter. Das heißt, Information ist nicht mehr wirklich die wertvolle Ware heutzutage, sondern die Fähigkeit, Fake von Wahrheit zu unterscheiden. Und die Frage, ob das überhaupt noch möglich ist in der heutigen Zeit, im digitalen Zeitalter, das möchte ich mit dem Buch natürlich um Himmels Willen nicht irgendwie erklären oder auch nur ansatzweise beantworten, die Frage. Aber das sind so Sachen, die einem schon so durch den Kopf gehen dürfen dabei, wenn man sich mit sowas befasst. Und mir als Autor ging es offensichtlich durch den Kopf, habe ich dann auch selbst festgestellt. Also dieses ganze Thema Video, Unterhaltung, Fernsehen. Ja, und was ist denn auch noch in Potsdam, beziehungsweise ganz in der Nähe? Ja, richtig, die Babelsberg Filmstudios. So, und ich schwöre, ich habe am Anfang keine Ahnung gehabt, dass wir da landen würden in der Handlung. Aber rückwärtig betrachtet wirkt das alles ganz folgerichtig, dass man halt sagt, okay, ländliche Gegend in der Nähe von Berlin, es geht um Video, es geht um Film und wir landen in Babelsberg. Und das ist halt auch so ein Beispiel für das, was ich ab und zu mal anbringe, dass man halt beim Schreiben auch nur wirklich bedingt Herr seiner Sinne ist, in dem Sinn, dass man halt da auch wirklich so einfach mal schaut, wohin führt mich die Reise und dann eher so im Nachgang feststellt, möglicherweise, ja, aus irgendeinem Grund ging das schon von Anfang an in die richtige Richtung, aber ich habe das nie so geplant. Ich habe nur einfach nachher festgestellt, dass das Puzzle sich einfach zusammensetzt. So wird meines Erachtens ein gutes Buch geschrieben, wobei ich jetzt nicht explizit meine. Damit meine, das ist natürlich verhandelbar und absolute Geschmackssache, ob man die gut oder grauenhaft findet oder vielleicht grauenhaft gut. Aber ich meine, das sind auch Bücher, die ich gern lesen mag, wo ich einfach beim Lesen das Gefühl habe, okay, interessant, interessant, interessant und dann so gegen Ende, oh, jetzt kommt das alles wie so ein Puzzle zusammen. Und nochmals, das ist was, das funktioniert auch prächtig, wenn man das kein Stück plant, wie dieses Beispiel zeigt. Und ich habe noch ein Beispiel, und zwar geht es ja auch noch um etwas anderes. Am Anfang haben wir ja dieses Video, das hatte ich schon erwähnt, dass, ich glaube, in Kapitel 3 nach dem Prolog taucht das schon oft, dass halt die Polizei sich dieses Video anschaut, nicht wissen, was sie da so wirklich sehen, ob das Fake ist, es kristallisiert sich dann heraus, dass das Video irgendwie, zumindest, wenn es vielleicht auch kein Fake ist, es damit zumindest etliche Ungereimtheiten gibt. Zum Beispiel wird dann an dem Ort, der auf dem Video zu sehen ist, wo dieser Suizid begangen wird, in dem Video wird halt keine Leiche gefunden, keine Hinweise auf diesen betreffenden Suizid, keine Spuren in der Wohnung, in der das stattgefunden hat, die auch nur andeutungsweise darauf hindeuten, dass hier sowas stattgefunden hätte. Also sind wir dann an dem Ermittlungsstand, dass das Video sehr zu hinterfragen ist und dass es vermutlich ein Fake ist. So, und dann taucht ein zweites Video auf, offensichtlich von derselben Quelle. Und auf dem ist etwas zu sehen, wo die Ermittler dann mit Stand der Erkenntnis aus dem ersten Video natürlich auch hinterfragen, was sehen wir hier, ist das wirklich echt, was da passiert. Ich will jetzt nicht verraten, was da passiert, aber es ist auch etwas sehr Unangenehmes. Die Gemeinsamkeit ist aber auf beiden Videos, wird etwas dargestellt, das möglicherweise Mord oder Suizid sein könnte. Und es gibt aber außer diesem Video keinen Hinweis darauf, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Also ich würde mal sagen, dann haben wir hier so eine kleine Ausnahme vom Standard-Thriller, wo ja schon wirkliche Leichen in aller Regel am Anfang auftauchen und man nicht nur so vor der Frage steht, ist das hier wirklich echt, haben wir hier überhaupt einen Mordfall, in dem die Ermittler eines Mordermittlungsteams ermitteln können oder haben wir vielleicht nur geschickt, gefakte Videos, die aus einem ganz anderen Grund bei der Polizei landen. Dass sie da landen, ist ja vorauszusehen, wenn man da solchen Inhalt sieht. Aber die Frage ist ja nach wie vor, liegt hier eine Straftat oder nur halt grob fahrlässige Irreführung vor. Das ist übrigens ein Strafbestand, den ich gerade erfunden habe. Also bitte steinigt mich auch da nicht. Kleiner Scherz am Rande. So, und was haben wir dann jetzt, Stand der Handlung heutiger Schreibtag? Inzwischen gibt es einen richtigen Mord. Inzwischen haben die Ermittler eine Leiche gefunden, die ist auch wirklich vor Ort. Das ist nicht nur ein Video. Und damit sendet der Täter natürlich auch eine sehr eindeutige Botschaft, nämlich dass er auch vor Mord nicht zurückschreckt, was wiederum rückwirkend die ganzen Videos in einem anderen Licht erscheinen lässt, nämlich in einem sehr viel ernsthafteren. Und das ist auch sowas, von dem ich am Anfang des Romans, keine Ahnung, hatte, dass das so passieren würde, dass man halt praktisch diesmal so einsteigt, dass man so über vielleicht Morde dann tatsächlich bei einem rauskommt. Und den habe ich nicht eingebaut, um jetzt Thriller-Konventionen zu entsprechen, zu sagen, da muss es aber mindestens einen richtigen Mord geben, bevor das alles aufgeklärt wird. Nein, das habe ich überhaupt nicht da eingebaut. Das kam ganz natürlich aus dem Schreiben raus. Es hat auch eine Funktion, dass die Ermittler genau an diesem Punkt die Leiche finden und so weiter. Das wird er hoffentlich dann beim Lesen des Romans feststellen. Aber das sind alles so Dinge, wo ich drauf pochen muss. Nochmal, das ist in keiner Art und Weise geplant. Das passiert beim Schreiben. Und es ist wundervoll, dass das beim Schreiben passiert, weil das ist auch, was diese Arbeit so etwas ganz Besonderes macht, dass man praktisch selbst ein bisschen wie der Leser selbst seines eigenen Buches dabei ist, mitfiebern kann und sich fragt, okay, welcher Strang interessiert mich jetzt am meisten? Wo will ich als nächstes wissen, wie es weitergeht? Und das ist, glaube ich, bei keinem anderen kreativen Arbeitsvorgang so, dass man derartig nah an seinem Lesern bzw. an seiner übertragenden Sinne Kundschaft dran ist, also an dem, die dann im Endeffekt das kreative Werk betrachten und begutachten, dass man schon beim Entstehen eigentlich einfach nur auch ein Leser ist. Es ist so simpel, aber trotzdem auch irgendwie ganz schön. So, doch genug von diesem Teil des heutigen Kurzvortrages, der auch jetzt weniger mit dem Buch zu tun hat. Ich hatte in einem der letzten, und da piept mal wieder ein Timer, ich hatte in einem der letzten Videos angekündigt, dass ich nochmal ein bisschen auf das Thema Ziele vs. Vektoren eingehen möchte. Also, das wollte ich hier mal noch ganz schnell abhandeln. Es ist ja so, dass sich viele Menschen, sei es nun als Autorin oder sogar Leser, gibt es ja auch, dass man sich so Leseziele stellt, dass sich also Menschen so Ziele stellen. Leser sagen zum Beispiel, hey, krasse Challenge, ich möchte in diesem Jahr 250 Bücher lesen. Dann brechen sie das halt runter und sagen, das heißt, pro Monat muss ich so und so viele Bücher lesen. Und dann haben sie so eine Excel-Tabelle oder so eine Statistik und freuen sich dann, wenn sie diese Anzahl an Büchern gelesen haben. Und wenn nicht, dann sind sie halt traurig. Ich habe ja nun wirklich absolut nichts gegen viele Leser. Und ich mag die auch sehr. Das ist ja logisch, das liegt ja schon irgendwie in meinem eigenen Interesse, dass ich Menschen mag, die gern und viel lesen. Aber solche Tabellen und solche Statistiken, also ehrlich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass einem da auch ein bisschen der Spaß am Lesen abhanden kommt. Wer sitzt denn und packt einem die Pistole auf die Brust und sagt, wenn du jetzt nur 30 Bücher in diesem Jahr liest, dann? Ja, was soll denn passieren? Ich meine, und dann wundern sich dieselben Menschen, dass sie eine empfundene Leseflaute haben. Oder fragen dann so auf den sozialen Medien, darf man ein Buch auch abbrechen? Ja, warum denn nicht? Wenn es einem nicht gefällt, nach 20, nach 50 Seiten, warum soll man seine Lebenszeit damit verschwenden? Nur, dass man sich dann nachher hinstellen kann und sagen, ja, es hat mir überhaupt nicht gefallen, aber ich habe es trotzdem bis zu Ende gelesen. Und jetzt lasst bitte Gratulationen auf mich ja niederregnen. Das ist immer so ein bisschen der unangenehme Beigeschmack, den ich da kriege, wenn ich solche Beiträge lese. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum liest du diese Beiträge überhaupt? Ja, weil ich halt auch ab und zu auf Social Media unterwegs bin. In guten wie in schlechten Zeiten, wie es immer so schön heißt. Doch zurück zu den Zielen im Allgemeinen. Also jemand stellt sich ein Ziel, das ist ja gerade so im Jahreswechsel sehr beliebt, dass man dann sagt, also für das nächste Jahr nehme ich mir das und das vor. Ich möchte mit dem Rauchen aufhören, mit dem Alkohol, was prinzipiell eine gute Einstellung findet. Nur die Art und Weise mit dem Ziel wage ich doch sehr zu hinterfragen. Oder man stellt sich so Fitness-Goals. Ich möchte in der Woche dreimal Rennen gehen oder ich möchte so und so viele Kilometer und so weiter. Das kann ja alles ganz nett sein, wenn das einen wirklich erstmal so auf den Weg bringt, dass man sagt, ich brauche ein konkretes Ziel, das soll auch nicht zu hoch angebunden sein und ich freue mich dann, wenn ich das abhake. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, dass man, wenn man nicht super diszipliniert ist, diese Art von Motivation tatsächlich lange aufrechterhalten kann. Und ich meine hier über sowas wie mehrere Jahre, was es ja zum Beispiel braucht, um auch als Autor in der Regel irgendwie wohin zu kommen, wo man dann zum Beispiel davon leben kann oder sowas. Das ist ja auch in vielen Geschäftsfeldern so, dass das eben nicht mit drei YouTube-Videos und in zwei Tagen mal ein bisschen auf den Hintern setzen, abgefrühstückt ist das Ganze. Hinter wirklich erfolgreichen und auch längerfristig erfolgreichen Businesses steckt in aller Regel jahrelange Arbeit. Und ich weiß nicht, ob man dahin kommt, wenn man auf so einer To-Do-List Dinge abhakt. Ist jetzt wirklich von mir ganz ernst gemeint eine Frage und kein blöder Diss oder so. Mich würde das wirklich interessieren, wenn jemand von euch so arbeitet, schreibt das vielleicht auch mal in die Kommentare rein. Erreicht ihr solche Ziele? Fühlt ihr euch da gut dabei und motiviert euch, das auch wirklich dran zu bleiben? Ich persönlich habe da eine etwas andere Vorgehensweise und zwar stelle ich mir überhaupt keine Ziele, jedenfalls keine solchen Ziele, die ich realistisch erreichen kann. Ich stelle mir aber auch keine Ziele, die derartig unrealistisch sind, dass ich von vornherein weiß, dass ich sie eh nicht erreichen kann und mich dann darauf ausruhen kann zu sagen, ja, ja, also, weißt du, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, ein Zieljahr der werden und ja, da ist ja auch egal, ob ich jetzt da heute oder morgen mit irgendwelchen Anstrengungen in diese Richtung anfange, weil, sind wir ehrlich, werde ich sowieso nie werden. Also, ja, ich habe ein krasses Ziel, aber so, da brauche ich überhaupt kein Ziel. Das ist ja wirklich sinnlos. So, wenn ich aber weder die einen noch die anderen Ziele habe, was habe ich denn dann? Und ich nenne das Ganze halt Vektor oder Weg. Man kennt ja so diesen Spruch, der Weg ist das Ziel und das ist hier mal wirklich auch zutreffend bei der Methode, die ich da verwende und die sieht in etwa so aus, dass ich mich halt wirklich sehr mit intrinsischer Motivation beschäftige, mich also frage, warum komme ich denn überhaupt auf die Idee, dieses oder jenes Ziel erreichen zu wollen? Was habe ich denn davon? Also, möchte ich dann irgendwie gegenüber anderen Menschen sagen, ja, also ich mache regelmäßig Fitness, ich erreiche meine Ziele, ich bin ein zielstrebiger, disziplinierter Mensch. Also, ich glaube, wenn man das wirklich nur anderen erzählen will, ist das ohnehin sehr, sehr schwachsinnig, weil sowas, wie gesagt, es ist immer die eigene Lebenszeit, um die es hier geht und da sollte man sich schon überlegen, wofür setze ich die eigentlich ein? Und deswegen versuche ich immer, herauszufinden, statt des Ziels stelle ich mir vor, wie sähe denn der Weg zu dem Ziel heraus? Also, Beispiel, ich hätte jetzt das Ziel, vom Schreiben leben zu können. Das ist ein Ziel, das habe ich bereits erreicht, aber mal angenommen, ein paar Jährchen zurück, ich hätte das Ziel noch nicht erreicht und das ist ja auch im Moment, das ist ja auch ein Ziel, das jederzeit einem wieder fortgerissen werden kann. Also, keine Ahnung, wenn Amazon morgen Pleite geht und Dolino gleich mit, dann hätte ich ein ernsthaftes Problem und dann könnte ich erstmal nicht mehr nur vom Schreiben leben. Also, das ist auch so zum Thema Ziele. Wenn du sie dann erreicht, ja, was machst du denn dann? Und das sollte man sich auch immer überlegen, denn wie jeder Profisportler weiß, wenn man sich wirklich so ein krasses Ziel setzt und alles dafür tut, das zu erreichen und dann erreicht man das, fällt man sofort, ich hatte das auch schon mal in einem anderen Video gesagt, glaube ich, fällt man sofort in so ein schwarzes, tiefes Loch rein. Und das kann echt vernichtend sein und da sollte man sich überlegen, ob sich das lohnt, auf die Weise, seine Lebenszeit zu investieren in so Ziele, wo dann praktisch die gesamte Anstrengung in der Erreichung dieses Ziels kulminiert und wenn man es erreicht hat, war ab dem Moment alles umsonst. Nicht umsonst, aber man hat das Ziel erreicht, aber für die Lebenszeit, die nach der Erreichung des Ziels noch kommt, hat das überhaupt keine Bedeutung mehr. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte einmal die olympische Goldmedaille in dieser und jener Disziplin erreichen, dann macht man das, ja dann kann man sich höchstens das Ziel setzen, das nochmal zu erreichen. Aber es ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Deswegen frage ich mich, um beim Beispiel zu bleiben, ich möchte jetzt vom Schreiben leben, angenommen, wie sieht der Weg dahin aus? Nun, der Weg dahin sieht fraglos so aus, dass man sehr viel schreiben wird. Und dann überlege ich mir, stelle ich mir mich selbst so vor, wie ich da am Schreibtisch sitze und vor mich hin tippe. Ist das was, das mich erfüllen könnte? Ist das was, das mir Spaß macht? Wer ein bisschen cleverer ist, und ich würde mich in dieser Beziehung zumindest mal dazu zählen, der probiert das mal ein, zwei Wochen oder Monate auch aus und stellt tatsächlich fest, macht mir das Spaß. Nicht nur so in der Vorstellung, wie mir das so in seinem Lehn- oder Ohrensessel sitzt, so eine tolkienmäßige Pfeife im Mundwinkel und dann auf seinem Büttenpapier mit der Schreibfeder dahin kritzelt. Nein, der setzt sich tatsächlich mal hin und sagt, ich gebe mir mal drei Monate und ich möchte mal so tief in ein Buch reinschreiben, wie ich es in den drei Monaten schaffe. Wie sieht denn wirklich die Arbeit eines Schriftstellers aus? Abseits der ganzen Klischees und öffentlicher Auftritte und so einem Quatsch. Wie sieht es denn aus, wenn ich den ganzen Tag am PC sitze und vor mich hin tippe und mir dann vielleicht auch mal der Rücken oder die Hand wehtut? Ist das wirklich was, das ich die nächsten fünf, zehn Jahre oder vielleicht glaube ich an mein Lebensende machen möchte? Und dann probiert man das mal aus und dann stellt man, wenn man nur genügend Dinge auf diese Weise ausprobiert, irgendwann fest, hey, das ist ja wirklich etwas, das cool ist und mich auf lange Sicht begeistern könnte. Ja, und das macht man dann. Und das ist so meine Ansicht zu zielen. Also ich beschäftige mich mit dem Weg und mit der Tätigkeit, die zu dem Ziel führt und frage mich, möchte ich diese Tätigkeit durchführen und denke ab dann auch nicht mehr über das Ziel nach, weil was ist denn bitte das Ziel eines Schriftstellers? Ja, nun, das erste Ziel ist ein Buch fertig zu schreiben und es nach Möglichkeit irgendwie zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen oder was auch immer, kommt ja aufs selbe raus. Ja, und dann? Ja, dann schreibt ihr das Nächste und das Nächste und das Nächste und das heißt, der Weg des Schriftstellers ist das eigentlich Interessante, weil nur über das Nächste, Nächste und Übernächste schafft er es ja dann auf Dauer auch eine Stammleserschaft aufzubauen, die dazu führt, dass er vielleicht tatsächlich irgendwann mal leben kann. Wir erinnern uns, das war das ursprüngliche Ziel, nicht ein Buch fertig zu schreiben, sondern vom Schreiben leben zu können. Und ob ich das wirklich möchte, das kann ich mir nur selbst beantworten, wenn ich mich mit dem Prozess beschäftige und festgestellt habe, der Prozess ist etwas, das ich über lange Zeit machen möchte. Nicht das Ergebnis interessiert mich, nicht, dass ich 10, 15, 20 Bücher veröffentlicht habe in möglichst kurzer Zeit oder dass mich viele Leute als Autor kennen. Das sind alle so Ziele, wo man sagt, okay, jetzt habe ich halt eine Leserschaft oder ein Instagram-Following von 1.000 oder 10.000 oder 100.000 Leuten, habe ich erreicht. Und nun, okay, jetzt versuche ich halt eine Million. Wie furchtbar langweilig ist das? Aber wenn man sich dagegen fragt, möchte ich den ganzen Tag auf Instagram verbringen oder Bücher schreiben oder sonst was machen und wie würde ich mich dabei fühlen? Ist das so eine Sache, wo schon die Tätigkeit, also der Prozess selbst bei mir Glücksgefühle auslöst? Falls ja, dann tiefer da reinsteigen und versuchen, das in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch zum Lebensunterhalt zu machen. Und wenn nein, tunlichst die Finger davon lassen. In jedem Fall würde ich es aber ausprobieren. Also auch jede noch so seltsam anmutende Idee würde ich mal ein, zwei Monate ausprobieren. Sonst lernt man ja auch nichts im Leben. Aber die wichtige Lektion für mich persönlich an dieser ganzen Zielstellungssache, mit der ich mich auch schon lange auseinandergesetzt habe, ist halt mal wieder, lerne den Prozess zu lieben und verstehe erst mal den Prozess, bevor du dich dafür entscheidest, welchen Weg du gehen willst. Und dann wirst du ganz automatisch von einem Ziel zum nächsten gehen, wie so ein Wanderer, der einfach hier mal an dem Gasthaus übernachtet. Stone fällt einem ein, also die Age of Stone, egal, der mal an einem Gasthaus übernachtet, auch mal einen netten Abzweig nimmt, sich mal eine schöne Landschaft betrachtet für einen Moment. Im Wesentlichen aber von dem Gedanken beseelt ist, eben zu wandern, von einem Ort zum anderen zu gehen und nicht nur von A nach B, um in B anzukommen. Weil was macht er dann? Sucht er sich dann eine Neutätigkeit? Wird dann plötzlich Pilot oder so? Ja, also das war so meine etwas längere Ausgabe der Zwei Cents zu dem Thema. Und mich würde auch sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und damit würde ich mich dann auch für den heutigen Schreibtag zunächst mal verabschieden. Wobei ich glaube, also ich werde dann noch ein bisschen nach draußen gehen, habe noch so ein paar Dinge zu erledigen. Und eigentlich müsste ich auch noch so ein paar geschäftliche Sachen erledigen, die so schon ein bisschen längere Zeit meiner Teilnahme harren. Aber ich bin gerade an so einem schönen Punkt in der Geschichte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich werde das heute schwänzen und stattdessen noch ein bisschen weiterschreiben. Wisst ihr auch warum? Weil ich nämlich den Prozess liebe. Schöne Grüße und ganz viel Spaß und bis zum nächsten Eintrag im Schreibtagebuch. Euer LC Frey.